Dieses zum Kauf angebotene gut gepflegte Achtzimmer-Einfamilienhaus befindet sich im Kreis Mayen Koblenz. Die im Jahr 1965 erbaute Immobilie verfügt über drei Etagen. Sie wird über eine Gas-Etagen-Heizung beheizt. Das Einfamilienhaus verfügt über eine Einliegerwohnung, einen Keller sowie drei Garagenparkplätze. Es hat vier Schlafzimmer und zwei Badezimmer. Die Ausstattung befindet sich in einem guten Zustand. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 625 Quadratmetern weist das Objekt eine Wohnfläche von ca. 180 Quadratmetern auf. Das Haus steht für 189.000 Euro zum Verkauf. Wüstenrot Immobilien GmbH steht Ihnen bei Fragen zur Verfügung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017